Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft 1.8 Tutorial und in diesem Video werde ich euch mal zeigen, wie man eine Art Zeitlupen-Effekt für Monster machen kann. Das heißt, dass sie hier ganz langsam hinterherlaufen oder dass ich sie sozusagen schlagen kann und sie dann ganz langsam hoch und runter gehen. Also die befinden sich in einer Art Zeitlupen-Zustand, aber wir können hier ganz normal rumlaufen und das ist auch ganz praktisch, denn wenn ich das jetzt mal ausschalte und in den Survival-Modus gehe, dann sehe ich, dass die ganz schnell auf mich zukommen und ich habe eigentlich keine Chance, hier ordentlich zu fliehen oder gegen die zu kämpfen und ich würde sofort sterben. So, man sieht, dass ich hier eine ziemlich schlechte Chance habe, aber wenn ich hier mich wieder spawnen und den Zeitlupen-Effekt anschalte, dann habe ich hier genug Zeit, um schnell auszuweichen und gegen diese Monster zu kämpfen und dann alle nacheinander zu besiegen, ohne dass ich irgendwie einfach mal sterben würde. Wie das geht, das zeige ich euch in diesem Tutorial. Für den Zeitlupen-Effekt brauchen wir diese sechs Command-Blöcke, wobei diese vier für diese super schnelle Clock sind und die eigentlich wirklich wichtigen Commands sind diese beiden hier hinten. Wie der Content für diesen Command-Blöcken ist, das zeige ich euch jetzt mal, dafür mache ich die Clock mal kurz aus. Und hier setzen wir einen Redstone-Block nach da, dort setzen wir einen Redstone-Block nach da und hier in diesen beiden Command-Blöcken setzen wir hier jeweils die Redstone-Blöcke wieder auf Luft, damit diese Clock halt wirklich einwandfrei funktioniert. Und jetzt kommen wir zu diesen zwei wichtigen Command-Blöcken. In diesem Command-Block hier setzen wir mit Hilfe von dem Entity-Data-Befehl für alle Kreaturen aus der Spiele in einem Radius von 50, NoAI auf 1. Wir machen nur mit einem Radius von 50, damit nicht alle Kreaturen betroffen sind, weil sonst würde das einfach viel zu viel Leistung vom PC fressen. Und das wollen wir ja nicht. Und mit NoAI-1 setzen wir die KI sozusagen aus und somit macht der Mob für einen Bruchteil eine Sekunde nichts und in diesem Command-Block aktivieren wir sie wieder. Und somit entsteht halt dieser Zeitlupen-Effekt, weil ganz kurz denkt er sich, ich habe keine KI, ich habe wieder KI und somit wird das halt viel langsamer. Das funktioniert nicht nur für Mobs, sondern auch für Geschosse, wie zum Beispiel bei diesem Blaze hier. Die normale Feuerkugel fliegt ohne den Zeitlupen-Effekt ziemlich schnell und mit dem Zeitlupen-Effekt fliegt sie halt nur halb so schnell. Nun, wie ich das gemacht habe, dass man diesen Effekt an- und ausschalten kann, also wenn ich hier auf den Hebel drücke, dann ist er an. Und wenn ich hier drauf drücke, geht er aus. Dafür setzen wir mit diesem Command-Block an dieser Stelle hier einen Redstone-Block, damit das aktiviert ist. Ich kann hier zum Beispiel auch mal manuell einen reinsetzen. So, dann sehen wir, dass das Ganze aktiviert ist und damit wir das ausschalten können, müssen wir hier einen Redstone-Block hinsetzen. Und dann sehen wir, dass das Ganze ausgeschaltet wird und das machen wir dann mit diesem Command-Block. Der setzt dann an der Stelle da hinten einen Redstone-Block und ein bisschen später wird dieser dann entfernt, damit die ganze Apparatur wieder neu gestartet werden kann. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen. Wenn ihr noch mehr 1.8-Tutorials sehen wollt, könnt ihr mal in der Infobox gucken. Dort findet ihr einen Link zu einer Playlist mit ganz vielen 1.8-Tutorials. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, die Aufnahme wurde gestartet. Dummer Zombie. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel im Survival-Modus versuche, einfach so gegen Zombies, die nicht in einem Zeit-Lupen-Effekt sind, zu kämpfen, ist das ziemlich schwer. Und ich kann eigentlich nur verlieren. Und wie wir hier sehen, werde ich auch ziemlich schnell sterben. Aber wenn ich dann zum Beispiel diesen Zeit-Lupen-Effekt anmache, dann habe ich hier wirklich eine reelle Chance, diese hier... Warum gewittert das? So eine Scheiße. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft 1.8-Tutorial und in diesem Video werde ich euch mal zeigen, wie man in einer... Warum redest du so schnell? Für diesen Zeit-Lupen-Effekt brauchen wir hier eine ultra-schnelle Clock, die immer wieder diese ganzen Command-Blocke bepowert. Und wie die ganzen aussehen, das seht ihr. In diesem Command-Bloc machen wir mit Hilfe von Entity-Data-Command No-AI auf 1 bei allen Kreaturen außer Spielern, die in einem Radius von 50 Blöcken um den Command-Bloc sind. Nein. In diesem Command-Bloc setzen wir in Hilfe... In Hilfe, Mann.